Jeder hat seine ganz eigenen Vorstellungen vom Geschmack und der Zubereitung von Kaffee. Nur einige Gramm mehr oder weniger haben große Auswirkungen und machen es schwer, den richtigen Kaffee zu kochen. Die neue Philips Kaffeemaschine macht Kaffee genau nach ihrem Geschmack. Die Aromakontrolle zum genauen Dosieren. Der abnehmbare Wassertank und ein unverwechselbares, ansprechendes Design. Have it your way. Exactly your way. Wie kann es nach all den Jahren der Toaster-Entwicklung sein, dass mein Toast immer noch zu dunkel wird oder erst gar nicht reinpasst? Jedes Brot, das ich kaufe, sollte in meinen Toaster passen. Der neue Philips Toaster ermöglicht Ihnen, alle Brotsorten zu toasten. Extra große Schlitze, individuelle Bräunungsgradeinstellung und ein unverwechselbares, ansprechendes Design. Ich nutze meinen Wasserkocher für heiße Getränke und zum Kochen. Wenn ich heißes Wasser brauche, will ich die exakte Temperatur für den besten Geschmack und das perfekte Ergebnis. Der neue Philips Wasserkocher kocht das Wasser auf genau die Temperatur, die Sie wollen. Elektronische Temperaturregelung, Warmhaltefunktion für jederzeit heißes Wasser und ein unverwechselbares, ansprechendes Design. Have it your way. Exactly your way.